Seid gegrüßt meine lieben Freunde, ich hoffe euch geht es gut, ich hoffe ihr habt den Tag gut überstanden, genießt jetzt den Nachmittag. Der junge Mann hier heißt Skowdy, glaube ich, ich weiß nicht, das ist schwer auszusprechen, er wurde auf der Niska offiziell Seite hochgeladen. Und das soll dann ja was heißen, wenn das heißt, wenn Niska den hochlädt, ja gut, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, der Rapper ist wirklich gut. Möglichkeit 2, Niska will ihn einfach nur supporten. Ich glaube Niska hat sich schon was dabei gedacht, denn Niska ist kein dummer Mann. Er weiß, wenn jemand gut ist, dann wird er auch halt supportet und hochgeladen und empfohlen. Deswegen bin ich mal gespannt, ich will mal den Track anhören und lass uns mal den zusammen genießen, also los geht's. Skowdy, okay, Fidoze. Ich glaube kein Wunder, dass Niska den empfängt, das ist jetzt nicht schlecht. Ich habe mich gar nicht erkundet, ob der bereits schon ein paar Lieder gemacht hat, aber verstand. Ich glaube kein Wunder, sondern das ist ein paar Lieder. Das ist das Beste, das Beste, das Beste ich mache mal stop hier jetzt mal ehrlich gesagt nichts für ungut ich gucke mir schon mittlerweile ich habe mir schon 1000 clips oder so gegeben und man erkennt so in einigen clips ob da jemand der jetzt vor der kamera steht und da ein bisschen flohen muss und dies und das ob der schon drin geübt ist oder nicht geübt ist ob der wieder das rüber bringt und so weiter für mich war das so was ist ich glaube das ist sogar ein newcomer weil der wahrheit nicht so ganz geübt also paar bewegungen die waren halt nicht optimal so zu dem track und das ist so eine sache so der track an sich ist okay ist geil kann man hören auf jeden fall mehr für mich persönlich mehr aber auch nicht erst mal aber mal gucken ob der junge mann sich in der zukunft steigern wird wenn niska den empfiehlt vielleicht liegt da was dran vielleicht wird er vielleicht wird wie der wieder was aus ihm da bin ich mal gespannt wie gesagt er ist obwohl er obwohl niska selber in hochgeladen hat sie doch nicht gerade mal viele aufrufe ich habe also wo ich das jetzt aufnehmen sind gerade mal 180.000 aufrufe also nicht gerade die sensation aber das macht ja auch nichts ja der anfang ist immer schwer und man beginnt immer von anfang an deswegen danke fürs zuschauen wir sehen uns besucht ihr mal was haltet ihr davon ansonsten könnt ihr mir gerne in den kommentaren nachricht hinterlassen ob er gut schlecht wie dem auch sei ist ja ansonsten sehen wir uns danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao